Ich bin heute wieder einmal mein eigener Türsteher und gehe in Zipps Krone. Dort bin ich gleichzeitig das Raubtier unter dem Tür und ich gehe mit meiner Freundin hin. Das reicht. Ui. Schnauze. Jetzt einmal hier noch in die Mitte zu mir. Jetzt ein sehr schönes Lachen. Jetzt werden meine Frau empfiehlen zum Wischabhängen. Jetzt einmal hier noch in die Mitte zu mir. Das reicht. Jetzt einmal hier noch in die Mitte zu mir. Jetzt einmal hier noch in die Mitte zu mir. Jetzt einmal hier noch in die Mitte zu mir.